befremd ich bin jetzt auch in der wurde wenn das mal funktionieren würde mich zu euch zu baut kann hier einfach eine tür einbauen alter wie geil es ist guck mal wie klappt den holztür guckt vor allem neulz wie ist diese beste holztür ich kann jetzt fenster machen wie baut man das ja alles holz was ich gefragt habe habe ich ja gerade ausgegeben ich habe verwandt leute kommt jetzt mal mit hier gegner ja warte wir kommen im gefängnis ja ich habe mich gerade noch so hingesetzt also pass auf direkt da oben er könnte euch direkt guckt er baut sich da sind 22 die baut sich da hoch die können nicht sehen ich bin hinter dir ja dann kann ich trotzdem sehen ach doch ich glaube die kommen ja dann werden die mich als erstes abschließen weil ich hier direkt davor stehe also auf einer ist noch auf dem dach er kommt mit mir aber geht wenn sie euch gesehen haben dann denkt sie nun mit darunter ich bin hier um die ecke komme er das ist aber ein bisschen noch einer er lasst ihr doch gleich killen noch mehr die deckung von rechts um vier leute viele neue felix weg 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 gesendet hat mich er hat nicht felix kannst du uns gefängnis kam oder adri heilen ja nee also direkt auf dem weg also es tut mir leid ohne jetzt pass auf ich hab noch 18 leben verpistet euch einfach abfüllen wie gleich mit einem kill von uns gegangen jetzt alter verpiste ich verpiste ich bin dauernd die sind hier bei mir und ich bin dort haben keine chance zu rennen ich hab die runde jetzt auch verlassen ich glaube ich spiele jetzt gleich wieder vielfach auch wenn ich eben gerade in fifa zwei unnötige spiele verloren habe nicht auf mich ja ich bin gleich eben neuen kanal felix ich mag ich erstelle mir einfach mal auf irgendwas abzuspielen ich höre sonst die sounds nicht da sind zwei ich bleib mal so stehen ich muss laufen aber die sehen mich wenn ich nur in die bordereien setzen und dann immer gucken ob ich die von hinten abstrauben kann jetzt einfach mal hier so hier fällt sich auf dann würde ich mal sagen schön mit schön mit öl war wen bist du da auch herr marie der ist der party labert sich zu der sparten machen ich würde dir jetzt raten in drei sekunden was zu sagen ich glaube ich halte nur 27 leuten waren kann ich kein headset leisten ja in dem moment wird gerade auch ausschließend dritten wollte habe ich gesehen ich dich ja ich weiß ich bleibe zu sitzen und verlos also auch einfach zu überleben könnt ihr zwar ficken euch erst mal stehen bis ich nicht mehr höre gar nicht ich nehme nix auf marie hast das neueste video schon bei duo rülle gesehen marie mein neues video gesehen habe welche scheiß ich auf dich interessiert ich habe auch noch mal ein bisschen ich habe auch noch was wäre viel ich habe noch nicht das du musst du auf die gegner haben auch felix ich habe blaue Taktik gerade muss alle wegpumpen hey bewegt sie mal zu Borderalta 10 Sekunden ach so scheiße so beschäftigt mit Campen Alter so beschäftigt mit Campen dass er das ganz vergessen und sich zu Bordert zu berühren Frau Felix, dein Ame ist ja echt klasse Felix Krieg zwei Leute Frau nicht Tag Felix, mach weiter Nimm die EPL, die Border Ich weiß Die Border wird mich eh kriegen aber ich hab zwei Kills Ich hab auch noch was zum Heilen Alter 15 Leute nur noch so weit hab ich's geschafft Ach stopp Felix Der mich tatsächlich alle Oh scheiße ist ne fette Days Werde nicht mehr lang überleben Agile Aber wir müssen es schaffen ey Es ist einfach ein Team oder so Du zieht dich bei diesem Bursch Du musst weiter nach hinten Ja so Du musst weiter zurück Felix Ja so Ja so sieht man mich auf jeden Fall nicht Ach scheiße Volktrottel Vor allem ich stehe hier so so ein ganz bisschen von meinem Kopf guck raus und als er sagt ich geh nach hinten und guck mein ganzer Kopf raus Aber vor dir guck Ja Alter das ist einfach ne fette Basin Mir ist es nicht aufgefallen Da geht zu den Busch Ja guck mal die Snipen Verstecklich war unter der Treppe Boah links und rechts was versteckt unter der Treppe Ja so einfach Oder so runter Und Marvin wie findest du das neue Lied Ja das du weißt schon mal welches wie wir essen alter Gibt's mehr doggie Gibt's mehr doggie Gibt's mehr doggie Ja jetzt willst auf jeden Fall doggie Also Marvin fand es richtig geil Und wär gerne der Pizzabrote gewählt Pizzabrote gewählt Was hast du? Ne geht Oh ich hab jetzt Fenster gemacht Aber egal Da kann ich durchgehen Ok dann muss ich bei der Ecke verstecken Ja ich kämp' erstmal ein bisschen weil die da oben Machen richtig Para Alter hier ist episch Alter sieben Leute Die machen richtig Para Alter Alter die Hinter dir Vor dir Alter ich seh's einfach Er ist in mir gelandet Egal wieder dritter Das hab ich einfach so Egal daily vendo D佐 3